Umfangreich, ne? Für so ein Gameboy-Spiel finde ich Pokémon schon echt umfangreich und groß. Das war auf jeden Fall immer sein Geld wert. So, dann kommen wir hier zu den nächsten. Kämpfen, meinst du mich? Na gut. Du hast mich angesprochen, nicht ich dich. Pfadfinderin möchte kämpfen und setzt ein Topsy ein. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt das Pokémon für dieser Knosp. Aber Pikachu macht das schon. Und Donner-Schock. Ja, komm schon. Einen Sand, das ist doch nicht normal. Das war jetzt auch nicht so heftig. Einen Sand würden wir schon direkt nicht mehr... Trist. Ja, es ist unglaublich, was so ein... ...beschissenes... ...Taupsy... ...mein Pikachu fertig macht. Und der hat sechs Level mehr. Ja, das ist doch nicht normal, ey. Was... In dieser Runde hier... Jetzt habe ich das Gefühl, dass, äh... ...ist nicht normal, ne? Dass du das Spiel komplett immer von vorne machen wirst. Dass es irgendwie total verkorkst, aus dem du bei einem Spiel anfängst... ...und dann so ablost. Ja, komm mal, ey, Pikachu, sechs Level drüber. Ja, ich möchte lieber ein anderes einsetzen. Neh mal Taupoga. Es ist echt nicht normal, wie Pikachu fertig gemacht wird. Von Taupsy, ey. Volltreffer. Ja, Taupsy wurde besiegt. Taupoga hat ein bisschen was. Und die hat nur Taupsy's. Ruxo Keep. Ja, geht da jetzt doch wieder daneben. Als wenn wir gar keine Genauigkeit mehr hätten. Der Wert komplett auf Null ist. Ja, da war ich so ein bisschen Volltreffer. Taupsy wurde besiegt. Taupoga hat 187 EP bekommen. Das hat eh... ...nicht ganz geklappt. Fredo gewinnt... ...320. Und da ist nix. Okay. Hörte ich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Ja, kann gut sein. Pfadfinder möchte auch kämpfen und setzt einen Habitag ein. Ist doch eh. Dann nehmen wir wieder Taboga. Haben die hier nur Flug-Pokémon? Die Gegner ist doch kacke. Ja, ist auch irgendwie so eine neffige Attacke, ne? Dass er dann zigmal irgendwie das macht dreimal getroffen. Wir sehen, wenn wir hier Wibbewind machen. Gegen Habitag bleibt unversehen. Wogegen ist der Wibbewind gut, ey? Macht ja gar nichts für Wibbewind. Ja, du mit deinem blöden Silberblick. Ja, ist doch nicht normal. Gucken wir mal hier. In Stoß. So, Habitag wohl besiegt. Wieser Knopf, der hat 99 und Taboga auch. Was ist jetzt jetzt nächstes Mal eingesetzt? Radikal? Ne, da können wir jetzt aber wieder... ähm... ...dieser Knopf mal nicht einsetzen. Haben wir auch noch nicht gehabt, Radikal. So, einmal ran knieb. Hallo? Überzahn ist so schon stark genug. Da muss ich auch noch Volltreffer machen. Glaubt, dieser Knopf ist gleich weg. Oh, 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 oh. Ganz knapp. Puh. Dieser Knopf hat 397 EP bekommen. Hm, ich hätte es besser überhört. Tja. Hast du aber nicht. So, wir sind in Orania City. Hast du gesehen? Die MSN. Ankert im Hafen. Schön. Ich muss jetzt aber erstmal hier meine Pokémon wieder heilen. Äh, wir machen sie wieder fit. Heilen, danke. Okay, wie bin ich deine Pokémon? So. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Entschuldigung, Entwürfein. Es stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen. Daher gibt es kein Universal-Pokémon. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Ja, das ist mir auch schon passiert. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Ja. Haben wir auch schon festgestellt. Aber speichern wir erstmal nochmal. Ja, ich möchte speichern. Jo, dann schauen wir doch mal, was uns hier so erwartet. Was wir hier so kriegen, finden können. Ich bin der Profiangler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Joa. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln, junger Freund. Fredo erhält eine Angel. So. Da habe ich die Angel bekommen. Angel ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Ja, werden wir doch mal direkt mal gucken. Hier, eigene Karte. Okay. Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Ja, in der Welt der Pokémon dreht sich alles nur um Pokémon. Wer hätte jetzt das gedacht? Ja, würde ich sagen. Gucken wir doch mal. Item. Angel, Angel, Angel. Äh. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Angel. Komm, habe ich hier jetzt auf Select gelegt? Vielleicht ist es nicht. Willi, du setzt. Angel ein. Wuhu, da hat etwas angebissen. Also das ist wirklich Pille einfach, zu angeln. Ähm, man muss nämlich gar nichts tun, außer die Angel reinzuwerfen. Und ein Kapador. Ein saugefährliches Kapador. Los, Peter Knars. So, der wird vielleicht einfach zu stark sein, deswegen wird direkt mal den Pokéball einsetzen. Weil, ich glaube, wenn ich Kapador auch nur antitsche. Dann ist der wahrscheinlich besiegt. Und er kann nichts, außer Platscher. Kapador ist das sinnloseste Pokémon überhaupt. Ähm, ja, versuchen wir es mal mit Tackle. Und hoffen wir, dass er es nicht umbringen. Äh, besiegen. Und, äh, war so klar. Äh, ja, das ganze 14 EP. Ähm, nee. Warte, hier. Pokémon. Äh, Blutzug. Eventuellerweise ist er ein Käfer-Pokémon. Ist jetzt nicht unbedingt, äh, gut gehen, ein Wasser-Pokémon. Aber schauen wir mal. Also, wir werden ja trotzdem ein Paraportor haben für unsere Sammlung. Damit wir da auch schön... Oh, es hat irgendwas angebissen. Damit wir da auch gut und schön hier, ähm... Ach, sag mal hier, viele Pokémon haben. Um halt auch einfach dann, ähm, gewisse Items zu bekommen. Von den Gehilfen von Professor Eich. So, machen wir mal Tackle. Ja, so sieht das gut aus. Es hat keine Wirkung. Item. Pokéball. Los, Pokéball. Ping. Und wir haben Kapador gefangen. Also, früher habe ich mir echt den Aufwand gemacht und Kapador zu einem Garados gemacht. Für Kapador wird ein neuer Eintakt im Pokédex angelegt. Wobei, ich glaube, es war sogar so, dass du, äh, mit Kapador gar nicht leveln konntest. Also, es ist ja klar schon leveln, aber wir brachten aber nichts für die Entwicklung von Garados. Er braucht das, glaube ich, den Aquarastein oder irgendwie sowas. Man sollte niemals große Hoffnung auf Kapador setzen. Dieses Pokédex ist sehr unzuverlässig. Das kann einfach nichts. Das ist noch... Eigentlich schon fast noch blöder als, ähm, hier Saftkorn. Weil Saftkorn, der Härtener, bringt dir zwar auch nichts im Kampf, weil du zwar deine ganze Verteidigung steigerst, aber nicht gewinnen kannst. Aber du hast nichts zu der Verteidigung gestärkt. Und, äh, Platscher hat einfach gar keine Verteidigung. Ich möchte sogar nur einen Spitznamen geben. Ja, wir müssen einfach mal Unnütz nennen, ne? Aber nein, so fies sind wir nicht. So, ähm, gucken wir mal weiter. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob es hier nicht noch, ähm, sinnvolle Pokémon gab. Oder ob die erst später kamen. Müssen wir mal gucken. Uh, da ist was angebissen. Äh, wieder ein Kapador. Na, ich glaube, hier waren echt nur Kapadors. Ich bräuchte echt mal ein Komplettlösungsbuch. Da konnte man eben mal sehen, welches Pokémon man wo kriegt. Er kann hier auch im Internet nachgucken, aber... Ist ja blöd. Die Attacke schlug viel. Und ist ja blöd. Ich will jetzt Kapador einfach mal ärgern. Mal gucken, was der macht, wenn er keinen Platscher machen kann. Jetzt aussetze ein. So. Kapadors Platscher... ... wird blockiert. Kapador wird nicht mehr... ...was? Wie schießt ihr ihn? Ach stimmt, du kannst immer nur erst deinen Aussetzer machen, wenn er eine Attacke gemacht hat. Sonst weißt du ja nicht, welchen er aussetzen soll. Wird blockiert. Platscher ist blockiert. Ähm... Oha, super schal. Verwirren wir den noch ein bisschen. Attacke schlug viel. Kapador verzweif... ... Verzweifler. Ach guck mal. Der kann ja auch mal sogar, ähm... ...was machen. Verzweifler? Ähm... Okay, Kapador ist verwirrt. Kapador, Verzweifler. Ich wusste gar nicht, dass wenn die gar keine Attacke haben, dass die dann, ähm... ... dieses Verzweifler machen. Ja cool. Das ist einfach mal was anderes ausprobieren, ne? Gut, komm. Das endet mal die Sache hier. Äh, das ist ja... Ups. Wie jetzt? Nicht mehr verwirrt. Aber wir sind immer noch verzweifelt. Und das tut ihm anscheinend genauso weh, wie, ähm... ...dem Gegner. Das fand ich jetzt mal cool. Das hab ich... ...hab ich einfach noch nie gemacht. Kapador einfach mal Aussetzer zu machen, um zu gucken, was passiert. Dass er keine Attacke mehr hat. Cool. So lernt man dann nach... Boah, wie viel Jahren? Warte mal, Pokémon war doch letztes Jahr 20 Jahre, ne? Oder ist das jetzt 21 oder 22 Jahre müsste Pokémon jetzt sein? Also nach so vielen Jahren noch was Neues hier herausgefunden. Also für mich was Neues, ne? So, ähm... Tun wir mal Pikachu-Aufragenliste 1. Und dann gucken wir mal hier. Hast du gesehen die... So, ja, MSN-Ankart im Hafen. Mhm, mhm, mhm. Hey, ich will mit dir katschen. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigem Dreck rumwühlt und entwickelt... Aha. Gut. Interessant zu wissen. Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Aha. Wer hast du denn da? Ähm... Pikachu gehen wir aus dem Weg. Maschok. Maschow, Maschak. Ein Maschok ebnet das Land. Ja, warum denn nicht, ne? Äh, wir haben hier einen Pokémon-Markt. Da können wir jetzt eigentlich mal gucken. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Ja, kannst du bestimmt? Weil du hast bestimmt Superbälle, oder? Ne, aber Supertrank hat er. Ja, warum denn kein Superball? Tja, nehmen wir mal... Wie ist das jetzt 8? Ne, ja, müsste ich jetzt 10 haben. Weil ich ja 1... Ne, 2 Bälle habe ich für den Karotor gebraucht. Egal. Passt schon. Äh, vielen Dank für die Blumen. Dann gucken wir mal hier runter. Ähm, warte mal. Äh, nochmal speichern. Weil ich glaube, Gary könnte jetzt gleich hier vorbeikommen. Bin mir aber nicht sicher. Ah, ne, Gary ist erst auf der MSN selber, ne? Die MSN ist ein luxurisches Kreuzfahrtschiff. Sie legt einmal jährlich in Orania City an. Willkommen auf der MSN... Jo. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Verzeihung zeigt das Blut-Ticket. Großartig. Willkommen auf der MSN. Also eigentlich wollte ich noch gar nicht auf der MSN. Ich wollte nur mal eben kurz hier runtergehen. Höchstschuh. Entschuldigung. Ach. Was ist denn was? Äh, bapapapapap. Was haben wir denn hier? Achtung. Route 12 wird von einem schlafenden Pokémon blockiert. Umleitung, Festtunnel nach Lavandia. Pulsei von Orania City. Äh, die Gasthöhle. Hier waren auch Trainer. Ich weiß nur nicht, wie stark die jetzt waren. Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Haben wir immer. Teenager möchte kämpfen. Teenager setzt Rettern ein. 21, okay. Das ist ein, doch denke ich mal, recht gutes Level, um jetzt unsere Pokémon hier hochzuleveln. Volltreffer. Rettern setzt den Überblick ein. Und so viel Donnershock. Ähm, erledigt. Was? Nicht erledigt? Ach nee. Das ist kein Wickel hier, ey. Dann haut der jetzt mal vier runter. Finde ich jetzt nicht so dolle. Großes Donnershock und weg mit Rettern. Oh, Rettern wurde besiegt. Pikachu hat 279 EP. Teenager, hä? Das ist gemein. Und 350 Pokéder. So, aber eigentlich wollte ich gucken, was wir hier auch an Pokémon fangen können. Ich glaube, hier gab es nämlich auch ein Abra. So ein Topsi ist erstmal nicht so ein Problem. Zumindest hatte ich schon mal keine Wirbelwind gemacht. Dass unsere Attacke fehlschlugt und die Attacke ist sehr weg, die Topsi wohl besiegt. Aber hier meine ich, gäbe es nicht nur Trainer, den wir quasi uns gillen können, sondern auch Pokémon zu fangen, die nicht uninteressant sind. Ja, aber irgendwie will gerade keins. Doch, da. Traumato. Genau, da ist ein Traumato. Gäbe es nämlich hier auch. Level 17. Könnte man natürlich auch zum Hypno machen. Und dann Hypno statt Simsala. Ja, aber ich finde es im Salakula. Na gut, das ist das Fehlschlug. Aber ich meine, das wäre jetzt kein... Och ne, Traumato. Muss das denn sein? Ja, komm, versuchen wir es mal mit dem Pokéball. Pokéball, flieg! Und? Schaffst du mal das? Schaffst du was? Na ja. Hat fast geklappt. Stocke Schub viel. Pikachu schläft noch. Ich hoffe, dass er sehr wach wird. Schläft fest. Ja. Mach du mal ne Hypnose bei nem schlafenden Pikachu. Hast du nix anderes? So, Pikachu's aufgewacht. Komm, oi, oi, oi. Finde ich jetzt nicht gut. Donnershock. Einmal... Okay, danke. Einmal Donnershock. Wollte ich mich jetzt gerne noch wagen. Nein! Oh, jetzt macht der Volltreffer, ey. Ist nicht wahr, ey. Und Pikachu erreicht Level 23. Man, da macht der einfach mal hier, ey. Ich glaube nicht. Ähm... Tausch. So, Tetsu. Weil Pikachu hier nicht... Fertig machen. So, komm. Ich will auch einen Traumato... Sehr schön. Und da haben wir auch ein Traumato. Ein bloß Traumato. Also, das ist natürlich nur Level 15. Aber ist ja egal. Ähm... Wir wollen's ja eh einfach nur fangen. Ich meine, Hypno kann man... Ähm... Ja, das sieht gut aus. Damit sollte sich doch was anfangen lassen. Ne, ne, jetzt nicht kaputt gehen, ne? Item... Pokéball, los! Fangen wir Traumato. Bing! Wunderbar. Traumato wurde gefangen. Weil dieses Bing macht der ja noch gar nicht. Für Traumato wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Wenn man nett zu Traumato ist, zeigt es manchmal Träume, die es zuvor gefressen hat. Möchte das Traumato einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. So, auf Bild-PC übertragen. Aber gibt's hier noch andere? Ich meine, es gibt hier auch Abra. Ein Ratzfatz. Ja, nö, ist klar. Das brauchen wir jetzt auch. Und... Glut. Zack. Und... Oh, das war aber... Das kleine Wisken da noch, ey. Kampf. Katze. Zack. Erledigt. Okay, wir haben noch ein bisschen EP, aber... Das ist eigentlich nicht so mein Ziel, jetzt hier einfach nur rumzulaufen, um EP zu farmen. Fällt mir gerade ein, das müssen wir gleich sowieso eigentlich noch machen. Au, das müssen wir nicht unbedingt jetzt tun. Glutsch, los. Komm, voll Teufel und weg. Möch. Äh, komm. Ach, nee, ich wollte eigentlich kein Blut machen, aber egal. Haut der hier so einen Ruckzucki raus, der Ratzfatz. So, Fluttexul 138. So, Fluttexul 138. So, Fluttexul 138. So, Fluttexul 138.